Wer ist du nochmal? Robin. Wow, du bist doch der Typ, der reingeschrien hat, gell? Ja. Wie heißt du? Robin! Ach, du bist mit einem anderen Comedian hier? Ja. So sieht ein männlicher Groupie aus, cool. Was machst du? Ich bin Physik-Doktorand. Physik-Doktorand? Also so Big Bang Theory und sowas. Du hast noch nie eine wirklich Frau nackt gesehen, so mäßig. Auch als du gesagt hast, Physik-Doktorand. Du hast richtig gemerkt, alle Frauen sind kurz trocken geworden. Das war krass, das war heftig. Okay. Ich hab Angst zu dir gemein zu sein. Weil so entstehen Bösewichte. Irgendwann ist in Luzern so Kernkraft-Ding, Spalten und sowas. Nebi, du Wichser. Hast du Geschwister? So. Ich hab echt gedacht, der sagt nein. Nicht mehr. Ich hab echt Angst vor dir. Ich hab auch nicht so viel Angst vor dem Weißen. Ich hab auch nicht so viel Angst vor der Person, die mir niemals eine Frau ausspannen kann. Wow, Respekt. Okay, wow. Hey, nochmal Applaus. Wir machen einen fetten Applaus. Jesus. Jesus. Amen.